Die Starterin mit der Nummer 5 Das ist Valeria Appirato aus Augsburg Rechts neben Valeria kommt bitte Sandra Ott aus Augsburg Starterin mit der Nummer 6 Links neben Valeria nimmt bitte Platz Andrea Herndleifer, Starterin mit der Nummer 4 Neben Andrea, links neben Andrea, bitte die Starterin mit der Nummer 3 Katrin Weishaupt Und neben Sandra Ott, hier rechts vorne, bitte die Starterin mit der Nummer 8 Ramona Valerial Erstmal einmal die Frontpose, genau Und jetzt bitte einmal drehen zur Rückenabsicht Und bitte wieder wechseln in die Frontpose Sehr schön, Sie dürfen gerne applaudieren, meine Damen und Herren In die Mitte bitte die Starterin mit der Nummer 5 Valeria Appirato Links neben Valeria bitte ich Ramona Valerial Und rechts neben Valeria bitte Andrea Herndlein, Starterin Nummer 4 Bitte einmal drehen zur Rückenabsicht Bitte einmal drehen zur Rückenansicht Und nochmal bitte in die Frontansicht Und in die Mitte bitte ich Lucy Talapova mit der Startnummer 7 Und in die Mitte bitte ich Lucy Talapova mit der Startnummer 7 Und wieder wechseln in die Frontpose bitte Sehr schön, dann geht bitte wieder zurück auf eure Plätze und ein Slide-up Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020